Applaus für Volker Kauder. Er wird von den neu gewählten Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender bestätigt. Ich nehme die Wahl an und bedanke mich für das Vertrauen. Konstituierende Sitzung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Neben den beiden Parteivorsitzenden nehmen sowohl die bisherigen als auch die neu gewählten Abgeordneten von CDU und CSU teil. Abstimmen dürfen aber nur letzte. Zunächst werden die Abgeordneten der 19. Wahlperiode einzeln aufgerufen und erklären damit, dass sie der Fraktion als Mitglied angehören wollen. Max Straubinger. Damit ist die Bundestagsfraktion konstituiert. Im Anschluss beschließt die neu zusammengetretene Fraktion einstimmig die Fortführung der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU. Bundeskanzlerin Merkel und Horst Seehofer bestätigen das mit ihrer Unterschrift. Dann folgen die Wahlen des Fraktionsvorsitzenden und des ersten parlamentarischen Geschäftsführers. Auch Michael Gosse-Brömer wird wiedergewählt und wird damit weiter die Unionsfraktion managen. Weitere Personal hier. Der bisherige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist von den Abgeordneten der CSU zum neuen CSU-Landesgruppenchef gewählt worden und folgt damit auf die nicht mehr zur Bundestagswahl angetretene Gerda Hasselfeld. Bundeskanzlerin Merkel und Horst Seehofer Bundeskanzlerin Merkel einem neuen neuen Geschäftsführer